Herzlich Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge OPA ZOKTEMMOTOR SPORTMANAGER Wir haben Anna immer noch auf Platz 9 und Evans auf Platz 16, müssen aber noch mal zweimal in die Box so Anna fährt noch eine Runde und jetzt müssen wir reagieren weil noch eine Runde schaffen wir definitiv nicht wir fahren jetzt noch eine Runde dann haben wir neun Runde aufgeschafft pass auf, dann holen wir uns jetzt mal Intermediens ab wir tanken voll und können so hoffentlich durchfahren passt du fährst jetzt noch vorbei und Pause so lieber guter Kollege Evans du nimmst noch mal einen Satz Intermediens mit 11 bis 13 10 bis 12 6 bis 8 das heißt die halten immer noch länger also dadurch dass wir noch 10 Runden haben reicht das wenn wir für 11 Runden Sprit mitnehmen nein nehmen wir lieber für 12 mit lieber eine in Sicherheit 17 Sekunden 17 Sekunden müssen wir machen weiter und damit sollten wir es bald durchkriegen zumindest von Sprit her wenn die Reifen bei 50% sind würde ich fast behaupten dass wir dann die Reifen ein bisschen runterschrauben und er fällt trotzdem zurück durch diesen Scheiß Boxen Stopp mit dem Motor Schaden oder mit dem kaputten Motor so aber Anna liegt noch eine Schlagdistanz also Platz 12 ist theoretisch noch möglich 2 Runden 20% 7 Runden das heißt wir müssten mit 10% reinkommen bei Evans mache ich mir überhaupt keine Gedanken aber bei Anna könnte es eventuell noch eng werden aber da muss nur noch welche in die Box was noch auf dem 13 Platz vorspult äh spült also nochmal auf dem 13 Platz vorspult äh spült so Anna jetzt müsstest du langsam an bei des vorbei so Anna jetzt müsstest du langsam an dem bei des vorbei doch schon mal die Branche Bevor uns Avedua Wir ziehen auf die Pelle zurück. Oh, gleich zwei Stück! Aber ich sehe, dass bei Evans uns die Reifen doch zu schnell verschleißen. Und wir können sogar noch aufholen auf Platz 10. Drei Runden noch. Evans, das sollte reichen für dich. Für den Reifen her. Wir fahren aktuell knapp 1,8 Sekunden schneller. Haben noch zwei Runden jetzt. 3,6, das schaffen wir nicht mehr auf Platz 10. Aber Platz 11 ist safe. Wenn nichts mehr passiert, 11. Platz. Gutes Ergebnis. Ist in Ordnung. Sind kurz vor Ende des Rennens. Oh, guck mal. 2,5, 2,4. 2,3, 2,2, 2,1. Jetzt. 10er Platz ist doch noch drin. 10er Platz ist doch noch drin. 2,2,2,2,2,3,2,4,2,5. Jawoll. 10er Platz haben wir. 10er Platz haben wir. 10er Platz haben wir safe. 12. 9er Platzb bli는데ig. 10er Multip funding. 4,5,2,3,2,3. 8er 되지. 5,5,5,4,6,5 3,4,1,2,3,2,1,2,4. Benzin oder was? Ich auch nicht mehr. Achter Platz. Das ist ein super Ergebnis. Das ist glaube ich unser bestes Ergebnis, was wir bis jetzt eingefahren haben. Großartig. Wunderbar. Das ist ein Top Ergebnis. Darauf erstmal Schluck zu trinken. Mano 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 Man. Jawohl. Keine Regen gebrochen. Achter Platz. Und 18. Aber Claudia. Da Regeln gebrochen hat. Hier können wir das sehen. Für regelwidrig. Und eine Durchfahrstrafe. Sau geil. Noch ein Geschenk. Und damit sind wir jetzt auf Platz 13 der Fahrerwärterung hoch. Und da sind wir auch wieder näher rangekommen. Aber ich denke mal, das wird trotzdem letzter Platz werden. Top Ergebnis. Top Ergebnis. Gucken wir jetzt nochmal rein, ob wir noch ein Teil entwickeln können. Und ein Prozent mehr Marktfähigkeit. Aber es geht noch zu dem. Wir sind jetzt bei knappen eine Million Minus noch. Antwort. Interview natürlich an. Wieso? Es war ein gutes Wochenende. So. Ja. Aber der war. Ich bin damit gut zufrieden. Scouting. Peter Young. Ah ok. Den kann ich mal vergessen. Der ist schlecht drauf. Neues Teil. Wir können jetzt drei Teile einbauen. Eigentlich. Was geht dafür nicht. Wir müssen jetzt mal ein. Teile verbessern. Neues Teil entwickeln. Teile einbauen. 36. 52. Wie sieht das jetzt allgemein aus? Im Vergleich. Oh guck mal. Wir kommen jetzt langsam ran. Sind zwar immer noch sehr schlecht dabei. Aber wir kommen ran. Teile verbessern. Bremsen. Gut. Und das Getriebe hier ist auch besser geworden. Wir entwickeln weiter die Bremsen. Von der Leistung her. Wir machen hier weiter das. Und das Getriebe machen wir da weiter. Das heißt wir werden jetzt die Teile einbauen. Und zwar beim Getriebe. Kriege ich das an oder das und das. Ja du hast. Das machen wir so weiter. Und Sponsoren. Bitte. Jetzt gib uns einen vernünftigen Sponsor. Vorauszahl 0. Ja. Wieder so eine Scheiße. Können wir nichts mit anfangen. Können wir den auch. Offen lassen. Weil. Das bringt uns persönlich nichts. Ja. Vertrags Neuverhandlung. Kein neuer Sponsor. Gut. Aber der Fahrer. Da haben wir doch hier so ein. Eine Vertrags Neuverhandlung. Beleidigt. Gehen wir da nochmal ein bisschen hoch. Hoch erfreut. Neutral. Aber wir müssen Handgeld haben. Kriege ich da ein bisschen Handgeld. Mehr geben wir nicht. Was bekommst du? Das heißt wir würden ein bisschen höhere Kosten bekommen. Evans mit Kate. Vertrags Neuverhandlung. Tja Kollege. Du fliegst bald raus. So. Vertragsangebot. So gefällt mir der Vertrags. So soll ich. Wo soll ich unterschreiben? Wir stellen dich ein. Und kündigen dafür Evans. Und kündigen dafür Evans. Da haben wir ihn. Neuer Fahrer. Verstehe mich falsch. Die Affilien ist in Ordnung. Das ist eigentlich. Oh. Das tut mir leid. Und dafür haben wir jetzt. Zum Streit. Ne, ne, ne. Moment. Ich hab dich eingestellt jetzt. Zweiter Fahrer. Ja. Oder? Ja. Teile einbauen, Teile einbauen, Teile einbauen, Teile einbauen. Ich kann das da sehen. Gleicher Status Nummer 2. Unzufrieden. Richtig. Minus 9%. Ja. Das ist in Ordnung. So, da haben wir noch eine neue Abstimmung. Oh. Was ist denn das hier? Oktane Racing lassen sich auf Unoffer 9 rankren. Wer probierbar ist 9, aber okay. Ich weiß. Wer weiß. Was? 5,9 Millionen pro Jahr. Respekt. Boxenstopps werden deutlich schneller. Autos können also mit reduzierten Zeitkosten Boxen. Was bei schlechter Reifener Benutzung hilft. Sind wir dafür. Sind wir auf jeden Fall dafür. Er enthält sich schon wieder. Er ist dagegen. Wagner ist dafür. Er enthält sich auch. Er ist dagegen. Er hat sogar zwei Stimmen eingesetzt. Er ist dagegen. Und um das Zeugnis dafür. Und dagegen. Ah, Mist. Ich hätte es gern eingeführt. Neuer Sponsor. Hallo. Vertragsdauer 4 Rennen. Aber das bringt uns nicht zu 100.000 ein. Aber jetzt sind wir schon mal wieder deutlich besser von den Finanzen hergestellt. Aber. Ey, warum sehen wir jetzt hier unsere Finanzen nicht mehr? Achso. Guck mal. Hier können wir das sogar einstellen. Dann können wir mal 200.000 pro Rennen sparen. Aber. Wir bleiben dabei. Dann kriegen wir im nächsten Jahr vielleicht ein deutlich besseres Auto hingestellt. Aber natürlich. Haben wir jetzt hier mehr Kosten durch den Fahrer. Wir kriegen 350.000 pro Rennen. Na gut. Aber. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns seid. Ich hoffe und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.